Wenn wir das Meer erreichen, werden wir ein größeres Schiff bauen und damit nach Norden segeln und Trinidad der spanischen Krone entreißen. Von da aus werden wir weiter segeln und Cortes-Mexico wegnehmen. Was für ein großer Verrat wird das sein. Dann werden wir ganz neu Spanien in der Hand haben und wir werden Geschichte inszenieren, wie andere Stücke auf dem Theater. Auf Wiedersehen. Ich, der Zorn Gottes, werde meine eigene Tochter heiraten und mit ihr die reinste Dynastie gründen, die je die Erde gesehen hat. Zusammen werden wir über diesen ganzen Kontinent herrschen. Wir halten durch. Ich bin der Zorn Gottes. Wer sonst ist mit mir?